Hallo Leute, willkommen bei meinem StarCase. Ah, da bin ich wieder. Ja, das geht mal wieder hier ein bisschen ab in der Party. Ich musste euch aber vorher eine kleine Sache erzählen, hier bei der ganzen Sache. Es ist aber schief gelaufen in den letzten Aufnahmen und zwar ist es dazu gekommen, dass Kamaruto meine Aufnahme totgekotzt hat. Nein, es ist dazu gekommen, dass die Aufnahmen leider nichts geworden sind. Daher mir meine Webcam wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Da habe ich jetzt deaktiviert, weil es hat mir nicht zu oft geärgert. Und es ist auch eigentlich relativ egal, dass da jetzt irgendwas dazwischen kommt. Das Einzige, was wir hier jetzt verpasst haben, ist diese eine Höhle hier. Mehr hatte ich noch nicht aufgenommen. Da habe ich bemerkt, dass hier irgendwas nicht stimmte. Und deshalb ist alles halt so schön. Ich habe die ganze Zeit nach einem Knopf gesucht, damit diese Höhle hier aufgeht. Und dieser Knopf war hier oben in der Ecke versteckt, was auch erklärt, warum ich so viele Granaten habe. Weil ich bin ungefähr 10 Minuten in einer Schlittpause gewesen und habe nur nach irgendwas gesucht, womit ich weiterkomme. Und das war dieser graue Stelle hier gewesen. Dieser graue Scheiter war dafür verantwortlich, dass es nicht weiterging. Klasse, oder? Es ist wirklich schön gewesen. Jetzt gehen wir weiter. Es geht weiter hier mit der ganze Zeit. Aber wir haben wieder neue Musik. Das ist doch klasse, oder? Und da ist ein Boss. Ach, schön. Das ist wieder einer dieser Superkämpfer. Schön, dass sie so tolle Ideen haben. Wisst ihr, das ist doch mal eine schöne Eingelegung. So kann man doch immer ein Part beginnen. Es kommt gleich ein Bossgegner hier zu Anfang. Das ist doch schön. Aber ich kann dir so nicht mal einen tollen Trick anwenden, glaube ich. Das ist das Problem. Okay. Na doch, es geht anscheinend noch ganz gut. Es klappt. Es klappt. An sich klappt die ganze Sache ganz gut. Ja. Niemand nimmt. Ich werfe Granaten hier runter. Es klappt nicht ganz so, wie ich es gerne möchte. Ich werfe mal mit Granaten um mich. Granaten, Nerven. Okay, es wäre ein Pass. Ja, Mann. Stürme. Hier darf man mich nicht kriegen. Nein. Nein. Geh woanders hin. Geh woanders hin, habe ich gesagt. Geh woanders hin. Ich töte dich. Ich töte dich. Geh weg. Ich will hier einmal Ruhe haben. Geh mal bitte. Nein. Geh runter. Ich habe mir Sachen angegriffen. Geh weg. Okay. Wenn bloß nicht weiter getroffen werden. Ich speichere mal ab mal an der Stelle, weil ich es irgendwie noch nicht getan habe. Echt klasse. Welch ein schöner Gegner. Oh Gott. Und dann immer mit seinen Bomben. Hier, oder was das auch sein soll. Hier. Nimm das. Nimm irgendwas. Aber ich habe unendlich viele Granaten. Du kannst mir nicht ausweichen. Nicht auf ewig. Auf ewig kannst du mir nicht ausweichen. Basi. Yes. Okay. Wer bist du? Du hast die geheimen Heilkits da. Aber wie komme ich da ran? Kannst du mir das mal verraten, mein lieber Herr? Ich muss bestimmt wieder eng ein Scheiter dafür drücken. Aber den Scheiter habe ich noch nicht gefunden. Ist hier auch ein Scheiter dafür? Nein. Ist hier nicht. Oh Gott. Ja, klasse. Da kann ich ja wieder ewig suchen, ne? Lachte ich mir schon wieder fast. Oh Gott. Dann lasse ich das mal lieber. Oh Gott. Ja, aber auf jeden Fall ist das schon mal... Oh, Heilung. Sehr nett von diesen Typen. Oder von den Kerlen. Ich kriege immer mal wieder zwischendurch Heilung. Ja. Naja. Ich frage jetzt erstmal nur auf meine Granaten. Was anderes will ich gar nicht. Das hat der andere davor auch schon gemacht. Die Dinger kann ich anscheinend abknallen. Okay. Das ist gut. Ich bin mich ganz so nicht gegen. Ja, schön. Granate. Granate. Oh Gott. Granate. Nimm das. Ach, ich werde gerufen. Hallo. Da bin ich wieder. Hallo. Hallo. Aua. Ich werde von so einem Typen angegriffen. Ich habe ganz vergessen, wo ich war. Stimmt. Ich war bei einem Bosskampf. Ja, das war jetzt eine Weile weg gewesen. Ich musste was anderes anlegen. Jetzt bin ich aber wieder hier. Und wir gehen jetzt die Wolke noch mal weiter an. Wir waren bei diesem komischen Bossgegner stehen geblieben. Und dann mache ich jetzt auch weiter bei diesem komischen Spinner da. Und lasse ich noch irgendwelche Sachen auf den Kopf fallen. 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 Okay, jetzt geht es mir besser. Jetzt geht es mir besser. Und der Typ, der bringt mich hier noch um ihn verstanden. Das ist ja einfach so. Kann ich anders sagen. Hier, stirb. Nein, nicht das Ding hier. Nein. Ich mach doch schon den Nein. Was soll ich noch machen? Wenn ich kann nicht mehr als den Nein machen. Ja, eine Granate, du Arsch. Nein. Ja. Gestorten. Alter, Opie wird mir helfen. Du hast noch sechs zu suchen, du Arsch. Okay, dann kann ich weiter. Jetzt sucht dich immer noch genauso stark wie vorher. Wenn ich da hatte. Ach Gott, nee. Ach nee. Dann kann ich sie immer noch mal besuchen. Das sah gar nicht so schlecht aus für mich. Bis zu dem, mein. So. Ich speichere einfach immer, wo ich ihn getroffen habe. Kein Bock mehr auf, dass er mich hier die ganze Zeit töte. Mensch, töte ich ihn. Ich getroffen. Nicht zulassen. Nicht zulassen. Nicht zulassen. Nicht zulassen. Nicht zulassen. Nicht zulassen. Stimmt. Ja. Wie soll ich mich getroffen? Komm mal, Spassi. Nein, eine Granate. Wo bist du? Ich hab Ganaten, Mann. Wow, wow, wow. Das war nicht so geflahnt. Okay. Nein, die soll ich mich nicht töten. Ah. Okay, hab ich ihn getroffen? Ich weiß es nicht. Nee, warte mit diesen Dänen ab. Oh Gott. Der ist ein grausamer Gegner, ne? Der ist ein grausamer Gegner. Kann ich was sagen, grausam? Okay, grausamer Gegner. Ich bleib dabei. Bäh, 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 bäh. Wie ich euch Typen hasse, ne? Ich weiß nicht, welche normale Spieler er das schaffen soll. Na, okay. Diesmal anders so gehen. Diesmal taucht er wieder auf. Nein. Okay, abgeknallt. Wow, wow, wow. Okay, nicht. Oh, er liegt sich wieder schlafen. Er kann Boxcarp. Nein. Okay, wo ist diesmal? Noch, jetzt wieder. Noch, bloß abknallt. Bloß abknallt. Geh los weg von mir. Blöder Schwinner, du. Blöder Schwinner. Da. Schwinner, blöder Schwinner. Du mal, Schwinner. Diese dumme. Was? Nein, diesmal nicht. Nein. Okay, diesmal kriege ich dich. Nein. Wir toppen. Okay, das ist jetzt aufwärtses wieder. Hochfehlern, 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 hochfehlern. Und los, aufschrauben. Nein. Okay, diesmal kriege ich dir Nein. Nein, Modus, jeder VioW-Spieler kennt, ist so unbesiegbar. Was ist das? Nein, Modus, ich weiß es nicht. So, schön weiter geht's. Kippt es sich wieder um, und ich schliebe weiter. Hä? Schlafen wollen. Lach nicht schlafen. Schlafen ist aber, oh, du Scheiße. Nein, nicht schlafen, Kind. Nicht schlafen, ich werde dich töten. Hä? Was? Hä? Granate, wer bringt nichts? Schuh. Aua, geil, da war Kakao-Klasche. Kakao-Ensien fehlt. Okay. Wo ist der Typ hin? Ja, wer ist denn Scheiße da rum? Wo bist du? Ey, ich bring dich um. Dummer, Assi. Ich hasse ihn. Oh, ja, ist echt ich. Scheiße, Scheiße. Oh, ja, komm ich nicht weg. Okay, das war nichts. Das war nichts. Na, so, eine Granate. Nimm noch eine Granate. Nimm noch eine Granate. Nimm noch eine Granate. Okay, dann mach keine Granate. Okay, Schussattacke kriegen. Ja, was ist das für ein Spinner? Das ist voll auf ihre Gegner. Das macht keinen Spaß, gegen ihn zu spielen. Nein. Okay. Äh. Stirb. Oh Gott, ich kann da gar nicht, keine Granaten werfen. Das ist ein bisschen assig. Ja, diese... Also, ganz ehrlich, ohne Savestate wäre ich immer wieder total verloren in diesem Spiel. Also, welcher normaler Spieler soll das denn bitte schon jetzt schaffen? Welcher normaler Spieler, welcher Mensch, soll das denn bitte schon schaffen? Welcher Mensch? Welcher Mensch? Okay. Okay, nochmal. Welcher Mensch sollte das jetzt bitte schon schaffen? Welcher Mensch? Welcher Mensch? Oh, okay. Jetzt geht es mir wieder besser. Eigentlich geht es mir nie besser bei so einem Spiel. Was redet ihr da für ein bisschen? BESSER! Ich stehe vor dem Typen und werfen... Du hast mich hier nicht reingesprungen, das gibt es nicht. Okay. Okay, Alter, wie viel Energie hat der denn noch? So viel kann er doch nicht mehr haben. Okay, das war dumm. Das war wie... Möp, böp, 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 böp. Weil die Musik immer so auf dem Zeiger soll. Also auch, Mann. Gibt's nicht. Okay, diesen Chip-Platz darf ich nach oben. Diesmal hab ich nicht. So, stirb endlich. Jetzt, stirb doch mal. Okay, nimm das. Ich kann auch mit Sachen werfen. Blöder Spinner, du. So, stirb jetzt endlich. Stirb. Ich hab gesagt, stirb. Nein. Ja, super Explosion. Ich hab gewonnen. Hab ich jetzt echt gewonnen? Das wäre cool. Ich speichere mal ab. So, ab nach da oben. Wie dumm der Assi, da nur guckst du... Okay, jetzt geht's mir besser. So, Teilung einmal, sehr schön. Oh, da ist Jüngel wieder. Diese Tür führt zu Rasenwaffen, Kamalot, wenn es du Laserstäbe in Behältern. Ich werde der Elendipid nur mit ihm das Haus-Tor öffnen, du usaufst die Waffen für die Rebellen. Okay, wie viele Laser benötigen wir hier? Ach, sollte nie genug sein. Wow, wir haben ja voll die riesige Armee. Ach, sollst du bekommen. Sorgen wir dafür, dass Daniel das Tor öffnet. Oh, ho, 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 ho. Oh, stimmt ja. Wir sind ja gerade am Anfang der Aufnahmen, ne? Also dieser Gegner hat schon mich schon... Oh, nein, diese abgespackte Musik wieder. Ey, ach, Mann. Das Spiel wird doch einfach nur schwer, oder? Oh, jetzt ist wirklich so eine dumme Statue. Stirb, aus dem Weg. Möp, 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 möp. Ach ja, am heutigen... Oh, Penisbomben, na, klasse. Am heutigen Tag ist der letzte Part von Bingles Online gekommen. Von Half-Life 1. Nur mal wie als kleine Synchronisation, dass du da bescheidest, ne? Wo sie sich gerade befinden bei mir in den Let's Flays. Ja, ja, wir befinden euch gerade beim Ende von Stargate. Äh, ich meine, am Ende von Dingswombs und Half-Life. Das ist auch mal eine schöne Information. Und jetzt wird endlich was. Super Ausrüstung geladen. Ja, super Ausrüstung hat sie jetzt davon. Na, hörst du auf? Hier, komm her. Granate. Super Penisbombe. Ja, ja, das... Was heißt das denn? Ach so, ich habe diese Stäbe gewonnen. Alles klar. Keine Ahnung, wie viele das jetzt waren, aber... Penisbomben. Ich habe wieder Penisbomben gefunden. Geil. Da wird die Spombe siegbar, müsst ihr wissen. Nein, ist man nicht, aber... Man kann so tun, als ob... Ich kann hier lang klettern. Ich bin Colonel O'Neill und ich habe die Macht dazu. Noch mehr Waffen. Oh Gott, nein, Penisbombe. Penisbombe! Oh, ich dachte, dadurch stirbt er durch eine, aber es hat nicht ganz gereicht. Der Mio, 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 Dumme, abgeschmackte Musik. Wisst ihr, ihr müsst euch vorstellen, die Leute, die waren da so in ihren Studios, sie sind einfach nur abgeschmackt mit ihren komischen Soundprogrammen, haben da so eine abgefuckte Musik erstellt. So müsst ihr euch das vorstellen. So ungefähr. Und nicht anders. Ja, hier lang klettern. Mö, 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 nerv. Nerv, 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 nerv. Nö, nö, nö. Okay. Okay, ausmachen. Okay, ich habe es ausgemacht. Was auch immer ich jetzt ausgemacht habe. Aber ich habe es getan. Dadurch ist jetzt die Laser verschwunden, aber nicht der. Ärgerlich. Dann ist ein anderer Laser verschwunden. Dann klettert er erst mal wieder die Gräte hier hoch, was irgendwelche Benutzer... Was geht denn jetzt ab? Yeah, geheimer, geheimer. Gekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekeaj eh ik jee ja okay, nicht durchdrehen. Nicht durchdrehen. Ganz ruhig bleiben. Mal Rucksack hängt runter. Welch ein Detail in dieser Grafik. Die Grafik ist ja echt super in dem Spiel. Muss man einfach so sagen. Aber das andere ist voll krank. Das Spiel ist einfach nur verdammt schwer. Das fällt mir nicht dazu ein. Nein, so ein dummer Krieger fällt mir jetzt nicht mit Penisbombe. Yes. Viel zu dicker Eier und viel zu kleiner Penis. Scheiße. Okay, stirbt bitte. Stirbt bitte. Ich hasse euch. Wieso seid ihr so verdammt stark? Das hat bestimmt mit meinen Gedanken zu tun. Das ist ein Gedankenspiel, warum ihr so stark seid. So ist Heilung. Heilung könnte ich auch mal fehlen. Aber wahrscheinlich ist da wieder Daniel da und nervt herum. Äh, wie geht's dir, Alter? Ich geh dir auf den Sack. Äh. Stäbe. Jetzt hab ich aber schon neun gefunden. Oh Gott, diese dumme Assi-Wache. Wache da, die einen immer nur töten will. Da oben ist zum Glück Heilung. Die hol ich mir. Und da ist so eine dumme Sonde. Geh weg. Absturz. Und Heilung bitte. Ja, das tut gut. Das ist schön. Das kommt gerade richtig. Also, an sich ist das Spiel fair. Bis auf die Bosskämpfe. Die sind unfair. Da bleib ich bei. Die sind echt ein... Also, boah. Alter Schwede. Wer soll das denn schaffen, bitteschön? Das ist echt so ne Herausforderung an sich. Und ich komm mir manchmal in den Städten hier so vor. Wie bei MeToo Reprime. Ist so. Nein. Super Penis-Mommel. Ah. Und er stirbt. Geil. Wieder ein Schalter gedrückt. Wieder irgendwas ausgemacht. Ein paar Stäbe noch gefunden. Ey, wie viele hab ich denn schon? Wieso kann ich nicht selber so ne Waffe haben? Wieso hab ich schon endlich viel Munition? So ne Startwaffe wär viel cooler als diese Scheiße hier, die ich hier jetzt gerade rumtrage. Also dieses grüne Gewehr. Einen anderen Namen hat das ja nicht. Möp, 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 nerv. Oh Gott. Ey. Wisst ihr, das ist so eine Musik, da würde sich der Karpel ab und umbringen. Das ist so eine Musik, keine andere. Er würde so abspacken, er würde sein PC aus dem Fenster werfen und ich bin auch so kurz davon, das zu tun. Möp, 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 nerv, 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 arg, 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 arg. Heinz, 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 Heinz. Melina, Melina, Melina. Okay, jetzt reicht's. Hau drauf, Typie. Alle sind wieder vereint. Ich habe kein sinnvolles Kommentar auf Lager. Naja, das habe ich sonst auch nicht, aber ihr wisst schon, welche Art und sinnvollen Kommentare ich meine. Äh, ich höre schon wieder Stimmen. Ey, wisst ihr, ist es schon gut, weil ich hier keine Kamera anhabe, denn ich höre dauernd Stimmen. Das ist ganz schlimm. Aber ihr würdet mich die ganze Zeit sehen, wie ich mich hier mal umdrehen und angeblich irgendwas höre. Das wäre krank. Okay, jetzt hier lang springen. Hier hoch. Komm ich von hier aus da hinten ran? Ja, das klappt sogar. Gut, dann kann ich mir den Weg sparen, hier die Gräte lang zu klettern. Ich muss jetzt nur noch einen Schalter finden. Heilung? Okay. Alter, das ist auch verwinkelt und ich finde mich hier nicht zurecht. Ich muss jetzt mal irgendwas finden. Okay, hier ist erstmal wieder Waffe und alles. Alles super derbisch. Oh, gut. Irgendwann kommt die Sache immer wieder. Das finde ich sehr merkwürdig. Den, 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 wieder neue Bomben. Alter, jetzt finde ich hier super Granaten ohne Ende. Das vielleicht auch nicht schlecht ist, muss ich einfach mal sagen. Nur schade, dass einem nicht angezeigt wird, wie viele normale Granaten man noch hat. Und dass man nicht darauf wechseln kann. Das geht irgendwie, glaube ich, auch nicht. Nee, kann man nicht. Aber ich kann... Was kann ich denn da? Achso, das ist auch Power-Rein. Ach Gott, nicht du schon wieder. Verschwinde. Verschwinde bloß, ey. Ich knall... Aua. Ey, du blöde Mist-Gurke da, ne? Wisst ihr, so eine Typen müsste verboten werden. So, einmal wieder Stäbe. Wann ist jetzt genug? Weiß nicht, ob ich schon acht habe. Anscheinend aber nicht. Also, so langsam muss ich echt mal acht zusammen haben. Sonst kann ich mir das Ganze hier nicht mehr erklären. So, ich knallt aber hier hoch. Action, 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 action. Alter, derbes feuern. Okay, wo geht's weiter? Habe ich jetzt mal so langsam alles ausgeschaltet, was man ausschalten kann? Dann bin ich hier mal nicht so langsam durch. Dann müssen die letzten Barrikaden da unten auch mal kaputt gehen. Dann müsste ich weiterkommen. Mew, Mew, Mew. Nerv, 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 Nerv. Ach Gott, diese Musik, ey. Ey, wenn ich jetzt hier durchgegangen bin, Penisbomben. Okay, das bringt mir nicht sehr viel. Ey, komm doch weiter nach unten. Ich krieg gar nicht so viel. Ich werde zum Death-Meadler. Ja, geile Musik. Alle dahinter, ich alle wohin drum. Okay, jetzt reicht's. Es geht so nicht weiter. Ich hab schon 19 verrückte Granaten. Wisst ihr, was ich damit schon alles an Chaos anrichten kann? Das ist unglaublich. Wo gehe ich jetzt in die richtige Richtung hier eigentlich? Geh ich hier lang? Ey, warte mal, dann geht's doch weiter, oder? Bin ich da unten schon mal lang gegangen? Ich versuch's einfach mal. Ich glaube nämlich nicht. Das kommt mir alles so unbekannt hier vor. Down, 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 down. Musik. Oh Gott, hier war ich echt noch nicht gewesen. Ich kann ja Ewigkeiten lang klettern. Und jetzt geht's hier unten weiter. Ja, und hier ist Daniel Jackson wieder. Gute Arbeit. Ein Kleider greift die Nagadana an. In der Wüste. Bring sie die Würfe zu den Nagadanern. Ich werde ihren Funkverkehr unterbrechen. Meine Augen sind so die Hölle. Ich habe schwarze Augen. Ihr müsst euch echt vorstellen, dass seine Augen echt keine Sonnebrille sind. Sondern dass er einfach nur so schwarze Augen hört. So, ja, ich bin mächtig. Ich hab super schwarze Augen. Ja gut, sie machen sich keine Fehler. Ey, da, dieser dumme Oni. Also ich find's ja schön, dass sie versuchen, die Charakter von Oni rüber zu bringen. Aber er wirkt hier echt einfach nur wie das letzte Arschloch. Der einfach nur wie heil rauskommt. Oh, Penisbomb. Der einfach nur hier wieder rauskommen möchte. Wer bist du denn jetzt? Achso. Soll ich den Leuten jetzt die Waffen geben, oder was? Ja gut, das lässt sich machen. Ja, ich glaube ja eben unten. Gamaruto, verpiss dich. Wirklich. Nicht du jetzt. Bombe. Gamaruto, verpiss dich. Nicht du. Nicht jetzt. Leute, alle Leute, die hier rumfliegen. Granate, ey. Hier stirb. Alter, ich hab dich mit einer Mega-Granate abgeknallt. Du musstest jetzt tot sein. Oh, Alter, der hat mich so tot gemacht. Das gibt's gar nicht. So tot kann man mich gar nicht machen. Na, anscheinend schon. D-d-d-d. Ich muss erst die ganze Wüste lang rennen. Hier hast du einen Stab. Kämpf. Jetzt kannst du dich wenigstens verteidigen, Spinner. So, jetzt geh hier rein. Und ich mache Pause. So. Das ist ein guter Moment, um Pause zu machen. Tschüss, Leute. Bis zum nächsten Mal beim Stargate. Ciao. Juhu.